So, okay. Bist du vorfahren? Nee, eigentlich nicht. Ja, komm gleich. Ja, hallo. So, diesmal gehen die Grüße raus an den Tommy, der mir sein Rage geliehen hat. Diesmal nicht für mich, sondern für den Jerry. Wir machen jetzt ein kleines Video, eigentlich nur für den Tom, damit er sieht, dass sein Fahrrad artgerecht bewegt wird. Ja, wir sind im Bikepark Attenhorn und haben ausnahmsweise mal die MTB Hopperrampe mitgenommen, weil mit der kann man dann noch so ein paar andere Sachen machen. Seid gespannt, schaut es euch an und danke Tommy. So, okay. Bist du vorfahren? Nee, eigentlich nicht. Ja, komm Jerry. Boah, wir können schon gar nicht mehr dranbleiben hier am Jerry. So, wir haben die Hopperrampe jetzt noch weiter weggestellt. Sind jetzt knapp ein 4 Meter Gap, würde ich sagen. Und den Winkel, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, haben wir auch jetzt hier nochmal steiler gemacht. Mal schauen. Hopperrampe Teil 2. Wuh, das ist schon richtig erdgein, Leute. Das ist 5 Meter. Man kommt mit Ultraspeed hier in die Jumpline rein. Yeah, yeah, wuh, richtig geil. Cool. So, Hopperrampe steht jetzt, um rüber zu springen in die andere Line. Gucken wir mal, ob das jetzt klappt. Ab geht's. Man muss quasi schon ein Gap in die Hopperrampe rüber gucken eigentlich. Okay, yes. Ah, cool. Woohoo! Woohoo! Oh, boy! Woohoo! Woohoo! All right! Woo! Woh!